hallo und herzlich willkommen zurück zu planet crafter so mal gucken mal was kommt denn als nächstes das kommt bei 60 das wird noch ein bisschen dauern noch mehr luftdruck was das leuchtfeuer hilft dir den weg zu finden ja exoskelett kommt bei 10 da sind wir gleich und bei 21 geht es da weiter ganz neuere stufe 3 bei 30 das dauert auch noch ein bisschen das ding hier bei 50 das dauert auch noch ein bisschen wir entschlüsseln unseren microchip beweglichkeitsstufe 2 kostet mich eine super legion habe ich noch irgendwo eine super legion da da bin ich doch jetzt schon mal deutlich schneller okay noch ein ne habe ich nicht so was das erzbrecher 2 und macht der bauxit krieg den bauxit her wenn ich das mal wüsste exoskeletz stufe 2 also mein herz brauche ich noch magnesium also nur ein magnesium ist jemand hier vielleicht da ja da ist ein magnesium exoskelett stufe 2 und mit kann ich dann könnte ich die lampe ist drin abbaugeschwindigkeit hatte ich hinten gelassen äh man ich idiot ach man ja abbaugeschwindigkeit 2 war das ne das hatte ich hinten gelassen in diesem ding aber wir brauchen wasser ja ist auch kein wasser mehr drin ich habe nur essen kein wasser so wo genau war jetzt glaube da hinten im westen ich meinte da hätte ich eis gefunden das weiß ich guck an dann nehme ich doch mit ja ich glaube es gab auch ein patch wir haben das jetzt da geändert so der macht 300 auch nicht übel oder das nehme ich mit das nehme ich noch mit und dann müssen wir uns da noch essen an pflanzen das wäre nicht übel so bauxit gute frage sie irgendwo bauxit aber hier gibt es auch guck mal eis ohne ende in der eis höhle aber kein bauxit sterbe gleich kann ich ich kann mir gar nichts bauen dann gehen wir wohl besser noch mal raus aus der eis höhle wo ich doch noch schaffe bis nach hause das ist ja nicht so weit nach osten so im westen gibt es eis im osten ist dann meine basis irgendwo hier liegt auch noch jede menge eis rum naja guck mal bin ja schnell unterwegs so kann ich jetzt eis machen immer alles so ja guck an 1 2 3 4 5 essen können wir denn schon pflanzenröhren bauen hier nahrungszüchter ja kann ich machen brauche ich mir gleich mal ein paar stück vielleicht brauche ich mir gleich mal zwei eisen zwei titan und dann machen wir hier die basis ein bisschen größer und zwar geht es nach hinten könnte gehen ne gar nicht hier schon nach vorne hier geht es auch nicht hin mach es mal ja da hin so jetzt steht der im weg kriege ich noch so ein ding ne brauche ich nochmal zwei eisen gewässer und niedrig eisen drin perfekt von denen kann ich das gar nicht mehr bauen oder was hier durch einen und nochmal ein titan und zwar eisen 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 titan jetzt wird hier mal ein bisschen größer gebaut perfekt wo mache ich euch hin erstmal nirgends so hier kommen jetzt die dinger hin kein strom kobalt kobalt eisen silizium kobalt kobalt eisen silizium brauche ich noch magnesium und aluminium magnesium und aluminium magnesium 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 alu ich habe kein alu mehr doch hallo habe ich war da war da war da fehlt kobalt 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 ok jaja ist klar ich muss ja das aufbauen so so einmal einmal ich bin voll ich bin voll äh ein magnesium ich dort hier rum nä machen wir das so er hat gemacht 6,5 und er macht schon 19 so kann ich nach so einem pflanzen züchter bauen da ja kann ich sehr gut wie wieder kein strom und ich kenne ernst ich habe gern alu mehr auch hier alu ne moment moment warte das war knapp hui war das knapp ja ich brauche halt noch strom muss ich doch nochmal so einen kleinen bauen hm noch ein eisen und ein kobalt ein eisen kobalt war hier draußen kobalt hat noch ein kleiner mit hin was solls komm das ist das baby das kommt hier zwischen wieder strom so was gibt denn am meisten nahrung die geben weiß man nicht und pilze geben weiß man auch nicht ok was brauchen die denn an strom 15 kilowatt oi hoppala hoppala das ist eine menge dann kommt hier der pelz rennen so und euch warte mal kann ich fenster bauen und mit dem glas eisen und kobalt ok auf eisen und kobalt bau ich oben hier so an die decke hier wo die nahrungsdinger sind ok so sieht es doch toll aus wie man aber auch ich mache ich weg muss ich von der anderen seite da ok dann brauche ich mir einen tisch zwei eisen zwei eisen und mal dahin so dann bildschirm fortschritt bildschirm terraforming bildschirm was war es baupläne fehlt mir noch mal ein eisen super baupläne baupläne ja packe ich mal da ins eck dann sieht man da hinten das nicht mehr der tisch ist nicht in der mitte ok gut was kosten so ein tisch bau ich zwei hin besser ist das na eisen jede menge eisen hier noch eisen drin nee oh brauchen wir eisen so kann ich den jetzt bauen nee weil ich kein eisen mehr mal kostet mich das große ding drei eisen ok sowohl habe ich aber wirklich nicht das wäre ein eisen zwei eisen und das ding wäre dann drei eisen ok da muss ich eisen sammeln warte warte mal die dinge die sind doch aus eisen war mir klar war mir so klar na gut ich habe erkennt alu mehr ich nehme mir noch zwei kobalt hier raus dann kommst du wieder dahin ja drum läuft nicht mehr super nochmal zwei kobalt ja mir fehlt halt alu ich weiß wo alu ist ich habe ja oben noch alu stehen lassen oh ein silizium jetzt wird es aber wie komisch kein silizium mehr oh man warte ich suche mir schnellen silizium war das hier im osten hier waren noch kisten irgendwo wo hüpf äh äh ne das brauche ich nicht rausnehmen hier silizium auch nicht jetzt mal ganz ehrlich ich brauche doch nur silizium man auch keins drinne äh äh kommt ihr kleinen kackhaufen zeigt euch so hier war ich auch noch nicht gibt es hier hüllen sieht aus wie wasser hier sieht aus wie wasser hier ja und in das raumschiff kommen wir nicht rein was ist hier lava oder was wo das alu oh alu das bedeutet so was finden wir hier das sind sie doch oxyt warte ich werfeisen raus was brauchte ich drei bauxit oder so drei bauxit nehme ich mit und silizium komm bitte silizium da ab nach hause also hier oben gibt's bauxit im osten ok ja was soll's das ist ja prima dann kann ich jetzt den verwehrter nummer zwei bauen was auch immer der besser kann wir werden es dann sehen luft wo ich essen mit das wasser problem ist ja vorerst mal geschichte das wasser problem ist ja vorerst mal geschichte vielleicht sollte ich hinten kann ich noch eine tür bauen mir fehlt ein titan super na gut so was waren das wo ich den der ne ein dollar mit fehlt mir noch warum war ich jetzt den zahlen kann ich jetzt den bauen ja so einen großen aufbauen ok so du aha kobalt kobalt dolo mit kobalt dolo mit dolo mit dolo mit dolo mit was wässerung niedrig ja gut da obwohl wenn ich den hier abbaue ja dachte ich mir ähm ich gehe jetzt bauen nein nein nicht im ernst nee ich hab nein einen zu wenig warte wir sind hier 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 den baue ich ab so schmeiß eisen raus nehme mir das hier hin dann boah das ding hier hin geil war der haut mir jetzt wieder die sicherung raus nee geht das jetzt hier schneller wahrscheinlich ne hab ich einen dolo mit mit ich habe dolo mit mit ja dolo mit habe ich mit das passt mehr hin oder ja das passt mehr hin das ist das ding so okay mhm baupläne mache ich hier mit ich hallo du sollst da oben hin ach komm schon er macht das nicht so wie er soll so manchmal macht das manchmal macht doch nicht aber mal jemals eh was richtig gut ne aber mittig geht scheinbar nicht da kommst du dahin dann brauche ich noch das ding fehlt mir noch ein silizium und hier fehlt mir noch also energie könnte ich hier hin machen 37 57 das ist ja schon mal eine gute dingensbums herangehensweise baupläne fehlt mir noch schon wieder ein silizium oh nee dieses silizium gedöns was nahrung niedrig ja nicht zu ändern mhm 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 Nahrung niedrig können wir überheben 8 Silizium fehlt schauen wir mal hier das kann ich dort hinten reinpacken kriegt er aus der lithium raus aus den dingern das muss man mal testen jetzt habe ich nicht geguckt himmel was zum wach wach hole hole in the bottom ich da drüber laufen ja geht aber ist hier unter mir eine höhle oder ja silizium waren noch im boden ich glaube hier oben ist es er mit dem silizium 10 höhen ja denn was ist wenn ich jetzt mal dahin laufe ist das loch immer noch da sieht so aus ne das wollen polygon loch was haben wir hier da war kurz das spiel abgekackt wahrscheinlich deswegen mal hier noch nix besonderes und dadurch habe ich jetzt vergessen was ich bauen wollte was waren das ach die habe ich ja auch noch nicht gebaut ach ja der safe game ist ja okay ähm baumpläne so wie ging das jetzt von der seite ging es am besten so dann war es bildschirmübertragung wo mehr silizium gefehlt hat und monitor fehlt der magnesium wir können aber hier gucken hier ist aber alles und nee warte mal hatte ich da nicht drei von denen stehen wollte ich denn das aluminium mehr ach man hier steht ja auch der kleine ne ist wo hatte ich jetzt das aluminium her weiß dass noch jemand muss ich zurück spulen hatte weil ich bin ich muss noch mal da hoch aber hier wenigstens alles dreier Beweglichkeit zwei exoskelett stufe zwei exoskelett 223 stufe drei jaja da habe ich alles okay den chip kann ich jetzt nicht machen oder doch kann ich aber sehen zuerst abbaugeschwindigkeit 3 super so zum trinken habe ich mit essen hier raus du kommst noch mal darin reisen noch platz ja ein bisschen noch darin die ich noch mit drin die aubergine rin so wie sieht sie aus er ist bei 56 prozenten bei sechs prozent 0,6 oder so ja das ding ich hatte und ich habe kein essen mit essen hält hier an der zeit lang so war das jetzt im westen glaube ich ne hier war ich hoch oder ich war da hoch hätte ich doch irgendwo eine kiste gefunden die war es nicht hier war das polygon loch da hinten da bin ich hoch ne ja ich weiß da oben habe ich noch ganz viel aluminium irgendwo das ruckeln gefällt mir nicht und da oben war glaube ich das aluminium drin in der kiste ich weiß nicht oder es ist jetzt nicht mehr drinne ach ne ich hatte hier ja ich weiß was ich hier dann war es aluminium da drin weil hier war nämlich das toxid und hier ist das alu drin gibt es nicht man war jetzt das alu aber wo bauxite ist ist doch normalerweise auch alu oder nicht sauerstoff 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 wenn ich schon kaputt gehe oh man ja ich habe es mitgekriegt abkürzung kürzeste strecke aber da unten ist unser raum schaffen wir das noch nie das schaffen wir nicht mehr das klar so dann wieder zu unserem raum heute die richtung junge wo hatte ich das alu her was hier äh äppchen nein kein alu hier drin kein alu das sollte jetzt mal eine kiste sein naja dann gehen wir halt ja brauchte ich halt alu hier fahrt doch auch ne dolomit und zwei kobalt dolomit kubalt drin nee kubalt drin ja voll irre jetzt fehlt mir natürlich der strom das ding aufbau macht blöp geht nicht ja sowas klar das dicke ding habe ich mir das gedacht kein strom mehr ich habe hier das zeug drin dann ein aluminium wo hatte ich das eine aluminium hermann hier noch irgendwo aluminium drin ich muss ich muss wieder da hinten hin ich lade erst aus so ja alles klar das wollte ich nicht hier ist kein platz hier ist kein platz hier ist kein platz ich mach mal einen großen vorratsschrank jetzt wird nur noch mit großen vorratsschränken gearbeitet kann ich noch einen nein da fehlt mir ein eisen kann ich aber hier kann ich aber hier ich noch einen ja der passt aber nicht mehr da hin ist egal so zack alles ran nahrungsmittel und krams kommt hier hin essen und wasser hier kann auch der schwefel drin wir holen hier das zeug raus ich die kiste eigentlich abbauen auch nicht perfekt wieder ein eisen das nicht die läppchen noch ach ich muss die mal erst leer machen so und da das wasser nehme ich noch mit raus die luft kann hier rennen Wasser raus oh je so wieder voll na gut dann ist es wie es ist nee drei essen brauche ich da nicht drin essen braucht man nicht so oft aber Wasser ne und die zwei kriege ich die noch hier drin ja okay gut da bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen wieder bis dahin gehabt euch gut und tschüss bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin